recht herzlich willkommen zu einer neuen folge aborion ja hier rechts sehen wir gerade so drei die unterwegs sind sind aber irgendwo in der entfernung kommen nicht unbedingt näher oder das heißt wir machen uns mal hier noch dran erst bis die dann auf uns schießen dann kann man das immer noch machen immerhin noch ein paar brackteile die wir erst abarbeiten können dann würde ich sagen und wir haben es geschafft voll dagegen zu fliegen hätte ich mal vorher drehen sollen naja jetzt ist zu spät ist natürlich auch schwierig die zu kriegen und eigentlich wollte ich die drei auch sehen dane 180 grad drehungen machen müssen dann hätte ich sie auch erwischt so eigentlich hier zu nah dran oder wie ist das aber man muss es erst anwählen dann geht es auch wahrscheinlich so wurde in dem frack ist nur eisen drinnen aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche bauteile die vielleicht ganz interessant sein könnten kann ich die dann irgendwie sehen was machen die ist die nächste frage die wollen was wissen ja dann bleiben wir hier warten auf die hier einfach aus dem runde weil macht sind schon reichweite und design oder aber doch irgendwas bei sieben noch nicht doch da jetzt bei 47 wahrscheinlich dann wenn ich frax hier alle in der nähe sind ist ja auch nicht verkehrt kriegen wir schon hin da stelle ich mal gerade passend hin dass ich die jahre wische ok die anderen treffen mich natürlich jetzt gerade auch aber durchhalten müssen wir jetzt gerade ist halt so fast schon er ist aber gut gespannt hat glaube man kann das sein ich gehe mal näher ran und dann sind die treffer auch besser oder wie wäre ich das kann ich auf jeden fall hier den vortrieb von ihm zerstören ich glaube er ist schon zweigeteilt kann das sein von ihm kommen noch schüsse ja da weg glaube er schießt nicht mehr doch aber ich werde mich jetzt erst um die anderen kümmern oh was hier passiert bin ich so nah an irgendwas dran ne das ist nicht der richtige wo ist er da ist er wo du bist denn als nächstes dran ne klein bin wir kümmern uns sofort um dich okay wir sind unten wie man sieht halb zerstört da müssen wir jetzt aufpassen aber der ist gleich schneller kaputt wie der andere so der ist geschichte so und der war es auch so können wir jetzt langsam den schrott hier aufsammeln nach näher nach so doch der rote ist da aber das ist der der jetzt bewegungsunfähig ist dann waffe wechseln und abbauen ja eigentlich ganz netting gekriegt wir müssen mal den ort auswählen da ist auch nur eisen drin im endeffekt aber mir geht es dann noch um die zusatzteile mal ein stück zurück wir sind zu nahe dann kann man das hier nicht kriegen diese kabine hier so jetzt ist gleich weg erledigt erledigt hier ist nur was so diese antenne weg voll wrackteile minimale wrackteile bringen uns nicht weiter ne oh guck da sowas bringt uns weiter da oben ist noch was am krisseln da haben wir auch wieder was aufgesammelt wir kriegen auch irgendwelche sonderzeugen rechts da seagreen hat es gegeben keine ahnung ob das algen sind oder so hier ist titan dran deswegen baue ich den jetzt auf jeden fall ab ne diese stange ist titan oder was was hier noch ist weg steht nur aus eisen dieses teil hier und ist auch weg die effekte sind schon ganz cool ne also wenn man auch ganz nahe ist geht es auch ne so weg damit dreifach ja eigentlich muss man richtig schön im welterum aufbauen damit kein dreck durch die gegend fliegt das ist so ne aber so eine automatikwaffe wäre manchmal besser ne ist das weg so das zu weit weg so wir gehen mal gerade auch ins baumenü fällt mir grad so ein und drücken mal lieber den button schiff reparieren bevor da neue kommen ne dann ist das doch besser ne was ist das für einer ist ein frachter oder okay der wird uns nicht unbedingt angreifen wollen so wo ist denn jetzt erstmal unser feind noch da unten warte mal lass uns mal durch den müll hier fliegen das wollen wir aufsammeln weg 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 na komm schon dann kriege ich nicht kriege ich nicht egal da fliegt auch noch was rum weg 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 da ist noch ein wagt mal gucken wie weit er hier ist ne das gehört glaube ich zu ihm sogar ne dann nehmen wir erst das vielleicht vielleicht können die noch schießen nur das dingens ist auf der anderen seite das geschützt das könnte auch sein ne also das ist ein ganz großes bauteil noch und da ist es auch schon weg so groß war es dann wohl doch nicht hm ah der kann nicht abwacken solange das noch heiler ist da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet aber wir müssen ihn erst kaputt schießen kann man mit f interagieren eigentlich nö das geht dann doch nicht ich muss ihn erst kaputt schießen um abwack zu sacken auch sehr interessant ne dann machen wir das mal schnell der räuber wird sterben alles interessant ist jetzt zu sehen bis jetzt kommt kein Pirat ne wäre jetzt interessant zu sehen wenn er kaputt ist ob dann die Piraten kommen ne das wäre ja dann auch komisch auf deutsch gesagt ne so jetzt können wir umschalten auf 3 können da jetzt abwracken oder auch nicht ach wir sind zu weit noch weg deswegen vielleicht ging es deswegen eben auch schon nicht erst mal die Antone ja er ist es erstmal hier ... Oder was ist das? Titan ist das was da bringt. Kann das sein? Jetzt kommt es und es ist wohl Titan. Aber das kann man jetzt leider nicht genau sehen. Wenn es angeklickt ist das Schiff, dann baut der besser ab. Das ist definitiv so. Das ist hier, glaube ich, der große Titan-Körper. Ah, da ist noch was drin. Subtraum-Signale sind erfasst worden. Auch interessant. Piraten greifen den Sektor an. Wahrscheinlich, wenn du das letzte Schiff hier lässt, dann greift dich kein Pirat an. Kann das sein? Also einen bewegungsunfähig schießen und du hast deine Ruhe. So. Vernichtet. Okay, dann nehmen wir das Schiff da noch, was wir schon vorher kaputt geschossen hatten. Wo ist er? Sind wir noch gerade vorbeigekommen, ne? Ja. Ja, die müssen wir jetzt hier gerade schnell einsammeln. Wie man sieht, sind da oben unsere Freunde dann auch gleich in Sichtfeld. Das ist ja auch okay. Da ist wieder ein Bauteil, was wir noch haben möchten. Ach, sogar zwei. Okay, das kriege ich jetzt nicht. Das muss ich erst anwesehen, dann kriege ich auf jeden Fall wohl. Das fliegt woanders weg. Also das ist nur ein weißes Bauteil. Eigentlich ist das auch nix besonderes, ne? Ja. Ja. Ja, das geht nix. Fliegen wir mal näher ran hier. Dann kriegen wir das Bauteil auf jeden Fall. So, das ist kaputt. Ja, wie weit sind sie? 16 Kilometer. Irgendwie habe ich andere Sachen, die hier so Faxen machen. Auch weg. Ganz weg. Da ist noch ein Teil. Auch weg. So. Abbautechnisch sind wir jetzt auf einem guten Weg. Aber wir haben da noch zwei Bracks, die wir auch noch abbauen müssen. 17 und die sind... Ja, neun. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. geht's. Das war so.